Okay, ich bin gespannt. Welche ist es denn? Die Western-Map aus Mario Party 2 oder 3. Da wo zum ersten Mal die Duelle kam, wo alle Western-Münzen, also Cowboy-Münzen aufhaben. Das war, damals war das eine Highlight-Map gewesen. Die ist voll klein, weil die halt auf dem N64 war. Ich habe legit nur Mario Party 1 gespielt, damals immer. Und dann nichts mehr bis Mario Party Superstars. Wir haben keine Cowboy-Hüte auf, ich bin enttäuscht. Was? Ja, natürlich. Ich habe verdient, als letztes zu spielen. Keine Cowboy-Hüte ist sehr enttäuschend. Und selbst der N64 hat das hinbekommen, uns einen Cowboy-Hüter aufzusetzen. Schade. Ähm. Was ist das denn? Der Stern. Hä, ist das direkt da vorne oder was? Die Map hat 20 Felder oder so. Oh-oh. 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 Los geht's! Fahren wir jetzt zum Zug? Nee. Schade. Dein Zug, ha! Das war lustig. Okay, man kommt auf jeden Fall nicht mit dem ersten Wurf hin. Hm, rot oder blau? Gab's die Felder in der Mitte damals auch schon, Dalu? Ähm, es waren Special-Felder da, ja, ich weiß aber nicht welches damals alle gab. Also das Glücks-Fail zum Beispiel gab's ja gar nicht in den alten Teilen, was jetzt auch von der Eins liegt. Warum? Zehn Münzen. Boah. Übertreibt. Wenn du jetzt Baby Bowser bist, was ist denn die Niete bei den Minispielen? Auch Baby Bowser? Baby Bowser ist in dem Spiel gar nicht dabei als NPC sozusagen. Ja. Aber der war ja immer die Niete quasi. Achso, ja, der kann, ja, aber nur in ein oder zwei Mario Party teilen, glaube ich, in den neueren, oder? Ja, in den Superstars. Sind die Duelle schon an? Nee, noch nicht. Damals, auf der Map speziell, wenn man auf demselben Feld gelandet ist, hat man sich duelliert. Ich kriege das Spiel auf jeden Fall einen Stern für die wenigsten Schritte. Bluts und Fuß. Bluts und Fuß. Bluts und Fuß. Ich kann einfach nur springen. Ey! Die Lama-Dinger sehen aus wie so Handpuppen. Ich habe okay gemacht. Okay, verstanden. Seid ihr auch Glut zu Fuß? Oh mein Gott! Ich habe auch ein Standbild. Oh! Ich habe auch ein Standbild. Sehr gut, Sammy. Internet-Kabel rausgezogen. Ich hoffe, mich draufzuhüpfen. Du bist super wert. Die haben euch. Die haben mich. Ich bin tot. Oh nein! Ich habe auf die drei Monster geachtet. Ich bin safe. Ah! Ich bin noch nicht safe. Ich bin reingehüpft. Der ist viel breiter als ich hatte. Ich habe nur auf die drei Dinger geachtet und nicht auf das Seil sozusagen. Eieieiei. Naja, guter Zweiter, ne? Hä, warum bin ich... Warum war ich dritter? Wieso dritter? Ich habe... Ich war dritter gerade. Ich habe am zweit längst überlebt. Ja, aber von den Münzen bis jetzt dritter. Ach so. Ah! Ja, du bist Platzierung. Ich dachte das... Ah, okay. Ich dachte das war fürs Minigame schon. Sehr strategisch gewürfelt. Ich würde da einsteigen. Howdy to that. Climb aboard me and I'll get you to the next station. Hast du kein rückwärts fahren? Ne, will nicht. Ist mir zu teuer. Ich werde jetzt mit dem fahren. Dann überfährt er dich nämlich. Ne, macht er nicht, macht er nicht. Sammy, fahr damit. Ich komme gar nicht bis dahin. Wenn du so weitermachst, nicht. Das stimmt. Nicht überfahren, bitte. Komm da auch nicht an. Nicht überfahren. Ich wollte legit eben fragen, ob du in den Runden, die wir gespielt haben, schon eine Eins gewürfelt hast, aber... Geh strategisch jetzt auf den Pechstern. Das ist jetzt mein... Das ist jetzt mein Risk. Ooooooooot! Ja! Ja, Luki, links. Schau, reicht nicht. Nicht Bahn fahren, bitte. Noch mehr Münzen. Schöne Grüße an alle. Hallo, Megatopia. Danke dir. Minispiel. Minispiel. Ich bin dran. Oh-oh. 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 Da, Lukard. Aus Thiebe Flucht. Oh-oh. Bin ich der, der flieht oder bin ich der, der schlägt? Oh nein! Nein! Ich war... Never. Äh-äh. Kann man gar nicht verlieren. Was soll ich denn das? Das kann man das gar nicht verlieren. Müssen wir uns aufteilen. Gutes Game. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ich bin direkt raus. Gleis, glitches. Aaargh. AAAAH. Ow. O nein. Dr今 Jane! Chris. upid- Oh nein! Lauf, lauf, lauf. Du bist schnell. Lauf, lauf! Wie acee. Schlagel. Happy authentication. Jaaaaa. Uocki, komm bitte her. Komm Steffi, komm Suocki. Überlebt, überlebt, überlebt. Jaaaaaaa. Ha-ha. Hija. 4 Sekunden Münzen das war wichtig übrigens weil ich glaube Lesk hat nur 19 Münzen ja so ein begleiter ist sehr op das war ja auch bei dem ersten dann müssen noch im rennen ok man 1 3 ist ganz schlecht was sind genau da bist du mir die items kann mal angucken was haben wir nur kannst du bitte vorlesen was der Spiegel ist weil wir können das nicht sehen was du ausbild sehen wir nicht okay wir haben den creepy dice block das ist den kennt man ja eh kann jemand nur 1 bis 3 würfeln glaube ich bargain ticketed let's use mushrooms which add plus 5 und die flöte lässt den Stern springen und das andere gibt man Stern ab wenn man drauf landet also an den der es gelegt hat und ist ja krass muss halt auf dem Feld landen ja aber schon geil oder ob so eine klein wie lange hält das ist die frage die ganze zeit ja also wir haben das bis dato wir haben jetzt drei oder vier mal gespielt doch er muss es gleich in der nächsten runde setzen ja ja genau setzen direkt dahinter das ist nämlich gut weil sie kommt da ja gleich vorbei gibt 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 danke ja das können kaufen stark fragt bei den zug oder rückwärts fährt ein item bräuchte man wo man schritt zurück gehen also rückwärts laufen könnte schon wieder nach vorne ich kann das alles ja aber du spielst alleine das ist unfair aber das hat das schlüssel da links um da ist eine tür auf dem da kannst du da durchgehen das war ja ganz schlecht aber der double ja kriegst du ja 10 10 münzen oder so ich brauch den ja du wollte strategisch am ersten stern schon mal vorbei weil er eingesammelt wird was macht das dritte alter nein ich weiß es gar nicht zu einem anderen spiel ja zu einem item shop ja so aber du weißt nicht zu welchem das ist aber alle gegen alle das sei cool aus und jetzt wird auch noch gesetzt leute moneten jetzt auch mal gewinnen sag ich der beste block fahrt hot cross block und du baust den weg anscheinend wählen block aus dann wird er wahrscheinlich vor dich gesetzt außer wenn zwei leute denselben nehmen dann bekommst du nichts scheiße okay okay das ist wieder so ein kacknimmenspiel wie mit diesem münzen clown boah wir haben alle anders genommen okay okay checker ja mach ready dass wir hier keine verhaltensmuster lernen ja also wenn zwei denselben nehmen kriegt man nix ja auch mal fürs offensichtliche ja ich darf mich spiel nicht viel aber ich dachte mir ist nun keiner trotzdem niemand ihr müsst doch gucken dass euch der block auch was bringt er ist auch war ich bin immer ein block nein die mir alle es gibt es ja nicht auch mann warum sollte ja warum solltest du überhaupt der block hat ich brauche ich brauche es wird ich brauche jetzt ist mir jetzt egal so ja das spiel nicht verstanden komm 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 nein jetzt gewinnt Sammy noch ich den im blaze ich habe den in den west genommen hat ich habe ihn ich leute ich habe ihn nein hört auf jetzt weh jemand kriegt unten nein dalu block dalu block die weg block die weg ja oh oooooooooooooooo komm ich bin erster lauf baby baus Oh, wir sind beide Erster. Nein. Ich glaube, ich war übelst vor dir da. Wir teilen uns das. Ja. Das ist ja voll das geile Spiel. Das Spiel war rigged. Das Spiel war rigged. Eindeutig. Suki stand da noch am Start rum. Aber noch, ihr habt mir eine gegönnt. Suki bekommt die Bonus, weil Sammy hat nix bekommen, oder? Doch, zwei. Okay, okay. Gutes Milch. Guck mal, dein Suki, Yoshi. Die wollen, dass du einsteigst. Aber warum? Es ist immer derjenige dran, der erster gerade in der Wertung ist, oder? Nein, nein, nein. Also unten siehst du nur die Reihenfolge, was passiert. Jetzt ist Suki, dann Minispiel, dann und so weiter. Dann war nur die Timeline. Weil Suki noch nicht dran war. Genau, und weil dann er nicht aktiviert hat. Oh, ich rieche einen Stern. Kaufe noch was teures. Oh ja, warte mal. Wie viel kostet ein Stern? 30. Das ist gelogen. Also die Doppelwürfel zu kaufen, ist ja... Lohnt sich ja fast immer. Die Münzdoppelwürfel musst du kaufen, weil du kannst kein Minus machen. Wie viel kostet ein Stern? 30 oder 20? 20. 20. Oh, da hast du mir doch fast geglaubt. Ja, fast. Ne, auf der Map 30, oder? Gelogen, das war ich doch. Ja, dann guck gleich mal. Also ich dachte, es sind 20, Suki. Ich bin ja eine ehrliche Haut. Ich bin ja eine ehrliche Haut. Wow, wow. Ja, ist ein Safe. 20. Hallo, Chris. Hallo. Yippie. Eins, zwei, ein Reit hier. Jetzt bin ich mehr. Okay, sie ist schwebbelt. Schabengleiser. Bist du einfach direkt beim nächsten Stern. Sehr illegal. Und wieder ein Jongel. Überhintersten wir die ganzen Minispiele mal. Ich brauche noch ein bisschen Stern, ein bisschen gelb über den Stern. Das war wieder ein Versus-Minispiel. Das heißt, wir machen jetzt zwei Minispiele hintereinander. Das ist richtig cash jetzt. Nächster Blitz. Oh, nein. Kennst du das? Kenn ich das? Ja, das ist das, wo man drüber springen muss, oder nicht? Oh, ja. Okay, okay. Es ist einfach eigentlich so wie das erste Spiel, was wir gerade gespielt haben mit dem Feuer. Nur, dass wir halt jetzt in einem... Nicht das schon wieder. Da war ich übermütig. Ich gucke mir das hier mal an. Dallu, hör auf, auf meinen Kopf drauf zu zupfen. Oh, Internet. Samuel macht manchmal mal die Legs an, um uns abzulenken. Das nervt. Egi, muss ich doch gewinnen. Junge! Komm hier nicht durch. Kann man jemanden rausfliegen? Das wird gleich schneller. Jetzt geht's ab. Oh. Nein! Lass mich durch. Ich bin nicht über die Boo-Hoo's gekommen. Suki ist einfach Richard's Haltag für Suki jetzt. Ja, auf einmal ist er schnell geworden. Das stimmt. Noch ein Minispiel. Minispiel. Ich höre gar nicht mehr auf. Minispiel. Schon wieder. Oh. Und jetzt hoffentlich eins, was nicht so gut ist für den Einzelspieler. Jetzt eins ist so unmöglich. Das kenne ich auch vom Namen her auch. Neu. Ah, okay. Wir müssen dodgen und sie kann die Schalter oben betätigen und kann dadurch die Sachen anders runterfallen lassen. Wenn zwei von den Rollen sich berühren, wechseln sie übrigens die Richtung. Oh, okay. Du, 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 du. Suki, Suki. Das ist okay, wir haben Dalu. Guck, du bist am Anfang gespielt einfach nur nach links gelaufen und hast mich nach unten gedrückt. Guck, du hast mich richtig weggepostet. Ich hab keine Kraft mehr. Wenn ich da oben stehen würde und da unten wird Dallo rumgekommen, hätte ich auch keinen Bock mehr. Ja, okay. Auf geht's. Du kannst ihn nur leicht vor und leicht hinter dir setzen. Ich würde die also hinter der Kreuzung, ne vor die Kreuzung wahrscheinlich legen. Ja, ne, weil man sich da ja aussuchen kann, wo man hinläuft, dann wird nie jemand draufsteigen. Deswegen will ich natürlich jemanden haben, der da drauf stiefelt, weißt du? Ja, aber wenn du sie dahinter legst, ist ja nur noch 50-50. Du musst ja vor die Kreuzung legen. Du sagst ja. Ja, 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 ja. Genau, vor die Kreuzung. Ja. Ich schmeiß mehr drauf. Vielleicht aktiviert jemand meine Fallenkarte. Lecker. Money. Geld ist nicht schlecht. Sammy. Pass auf, jetzt stiefelt Sammy auf mein Feld drauf, aber hat keinen Stern, dann geht mein Feld weg und ich krieg nix. Nein, das Feld bleibt sogar. Oh, okay. Ja, krass. Sammy ist seit dem Start jetzt, glaube ich, 10 Felder gelaufen. Oh, ich bin heute gemütlicher unterwegs. Hallo und sich in den Sternen. Vielleicht nicht. Ist immer noch möglich. Ganz knapp. Genau sechs. Scheiße, ich wollte eigentlich da durch. Ach, Mann. FBI, open up. Ja. Den wollte ich ja nicht kaufen. Den wollte ich ja nicht kaufen. Den wollte ich ja nicht kaufen. Geht ja gar nicht mehr. Ja. Stern erhalten. Aha. Und der nächste Stern ist? Ja, natürlich. Aber Sammy schafft das. Sie kann einen Bahnhof zurückfahren. Oh, true, stimmt. Oh. Wenn ich das Geld für den Zug hab. Du hättest fast eine Station zurückfahren können. Es wäre unter Umständen, unter anderen Umständen, wäre das eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube, heute ist ich ein bisschen cursed. Vielleicht sollte ich halt nicht mehr aus dem Haus gehen. Oh, da kann ich nicht gehen. So, die Dongles. Du musst dir die Map erst angucken, wenn du in einer Kreuzung bist. Ansonsten kannst du eh nix tun. Ja, Mann. Da liegt Dalu ist Cowboy-Hut. Das fährt aus wie aus Harvest Moon. Richtig? Ja. Oh, da ist er schon mal besser. Da läuft der Dalu ist gleich wieder vorbei. Ich hab eine Münze oder so. Naja, das bleibt nicht lange so. Oh, toll. Oh, das ist gut. Kannst du einfach eine Zehn gewinnen? Ach so, eine Zehn. Voll eine gute Würfel. Minigame. Oh, doppelte Münzen. Oh, doppelte Münzen. Der Schatztaucher Was ist das? Ah, okay, du musst dir merken, was auf den Bildern ist und dann stellt das Spiel dir eine Frage Oh mein Gott Manchmal ist es aber auch, welches Bild hatte der grüne Toad oder so Oder von wem gab es mehr oder so ein Quatsch Kann man Hausaufgaben kopieren? Von wem waren weniger da? Das war ja voll falsch Vor wieder Schule Start, Runde 1 Okay Was haben wir denn hier? Drei mal Yoshi Man sieht ja, was die anderen nehmen Ja, aber wer als erstes macht, hat mehr Points Oh, ja das war Das ist eine wichtige Info Oh, sie hat mal die Frage lesen Nein, das ist falsch, bist du rechts gewesen oder nicht? Warum? Ich hab gelogen, sorry Scheiße Oh, scheiße Lass nicht, also deine Frechheit Ich hab' ich auch nicht mehr auf dem Lass Entschuldigung Du Teufel Das ist alles das gleiche Ich schreibe einfach ab. Ja! Wie in der Schule damals. Wichtig. Das war die letzte Runde wahrscheinlich. Die zweite Runde habe ich falsch abgeschrieben. Suki hat schwirrlich vertraut. Alle gehen direkt nach links. Und Suki, oh, die haben sich alle vertraut. Jetzt habe ich sie. Wichtig. 20, jetzt können Sie einen Stern kaufen. Echt wichtig. Oh. Oh. Da möchte ich nicht mehr vorbei. Ein Stern an mich. Da hast du nur ein paar Felder vor die Sätzen oder überall? Zwei Felder vor und zwei nach links. Oh. Genau, genau, genau. Oh. Das ist ja nicht so OP. Er ist halt für die nächste Runde. Gut, dass du jetzt den Schlüssel hast. Ja. Der ist ja hilfreich. Jetzt kommt der Random TP von Sammy. Sorry, ich tp. Ich habe nicht mehr Geld für irgendwas. Aber es wäre krass. Rit, 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 rit. Du hast mal mit dem Zug gefahren, Sammy. Ja. Muss nichts kaufen, du kriegst noch was. Hm. Ich habe auch kein Geld. Okay. Nice. Stand gut. Der ist auch echt teuer, wenn man den im Laden kaufen würde. Du läufst, lieber. Der Stern ist vor dem Bahnhof. Oh. Moneten. Deal Trap. Ich kann nur mit dem Würfel aussuchen einmal, ne? Und dann darf ich nicht nochmal würfeln, oder? Also diesen goldenen Würfel. Ne, das ist das, was du würfelst. Einmal nur, okay. Kannst du einfach ne 10 nehmen. Dann darfst du 10. Ich nehm jetzt ne 10. Oh. Wow. Das ist schon OP. Ja, wir haben jetzt aber nur noch, äh, danach, äh, vier Runden, ne? Naja, du kannst jetzt von zwei, also erstmal sind es noch fünf Runden, aber du würfelst ja, das ist ja, das Schlüssel ist so. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Schlüssel zum Sieg ist ein RNG-Gate. Du wählst einen Schlüssel aus und eine Tür und hoffst, dass du da durchkommst. Oh. Match the correct key to the correct gate. Remembering the combination of the other players. Kannst ja gucken, wenn ein Dreieck links, wenn das jetzt schon nicht, dass du jetzt weiße Dreieck links ist falsch. Ja. Ja, das ist alles. Dann nehm ich Dreieck. Nee. Ich nehm Kreis. Ja, mach ready, Sugi. Weil es schwer ist ja klar. Ich will auch mal reinstecken. Oh, nein, nein, nein. Ich will einfach nur raten. Weil Louis hat zweimal, first try, ist er durchs Tor gegangen. Das ist nur ein Tor, also... Ein Schlüssel passt in eine Tür. Also danach kommen keine Türen mehr. Nur die hier. Ja, genau. Wenn du hier durch bist, wenn du jetzt... Können wir vielleicht direkt reinladen, dann wäre das Spiel zu Ende. Ja. Sechs ergüssen mich rechts, muss die wissen. Spaß. Wenn du da so wegkommst. Nein, das... Das Wunde muss in die Ecke. Ich sag, wir haben den Seed, wo Dreieck in die Mitte muss. Das ist so weg. Ene, mene, muh und raus bist du. In die Mitte. Mann. Oh, endlich läuft das Spiel mal ein bisschen länger. Zeig mir das Standbild wieder. Sorry. Schade. Was ist, wenn es keiner schafft? Jetzt muss einer schaffen. Die Schlüssel, also die haben uns nicht... Oh, ist der Schlüssel raus oder ist er richtig? Der Schlüssel ist raus. Raus. Der Schlüssel ist er nicht. Oh, nee, der Schlüssel geht noch natürlich. Aber ich nehme erst mal den richtigen. Nee. Danke, dass du drei für mich getestet hast. Ich gehe jetzt raus. Tschüss. Oh. Okay, okay. Das ist interessant. Der hat einen falschen rausgenommen. Das wussten wir schon. Vielen Dank. Nein. Ah, der ist richtig. Oh. Ah, die ganze Zeit alles Mitte durchprobiert. Das war ein 50-50. Ah, ich dachte, das war safe. Ah, nee, ein... Nee. Ich dachte wirklich, das war safe. Ja, ich bin raus dann. Nee. Damit habe ich verloren. Wobei wir schon so viele Runden gespielt haben. Achso. Nee, ich dachte wirklich, dass... Ich dachte wirklich, dass Leskin Runde 1 den Schlüssel da rechts reingetan hat. Nee, er hat immer die Mitte genommen. Ich auch rein. Ich habe... Ich habe den ersten rechts reingemacht, das Sechseck, und dann habe ich alles in die Mitte reingetan gemacht. Genau, und ich dachte, das war der Schlüssel, den ich jetzt am Ende hatte. Das ist der Ding aus links. Aber cooles Game. Ja. Das war lustig. Ein bisschen random auch lustig. Ein Minzen-Yippie. Ich habe mir ja gut aufgepasst, weil ich habe jeden einzelnen Schlüssel der Mitte probiert, und ich habe einfach den letzten, der nur übrig wahrgenommen hat. Ja, der eine war ja dann raus. Ja. Alles zählt doppelt. War ja auch nicht safe, ne? Also, ich habe mich da auch schon wieder rein in den Sinn. Oh, ich kriege eine Belohnung? Schau mal. Warum? 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 Was soll das? Das hat er gar nicht verdient. Natürlich. Ja, Bowser. Ja, ja. Betrayal! Tschüss. 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 Kann er nur würfeln. Zwei. Stark. Ja, ne? Wird überhaupt nur jemand einen Stern kaufen, ist die Frage. Jetzt kommt Sammy. So, jetzt. Auf geht's. Wohin geht's? Ich meine, weiter als wir den würfeln, auf jeden Fall. Dich zum Stern! Ja. Ist sehr gut. Ist voll nah dran, oder nicht? Ja, aber jetzt müsste ich halt noch hoch würfeln, gell? Ja, mach doch einfach. 50-50. Mach doch einfach. Würfel doch einfach mal einen Neugier. Ist wirklich 50-50. 50-50 verloren, leider. Guck mal, wie nah der Stern dran ist. Ja, so nah und auch so fern. Was passiert hier? Du musst Milch kaufen für fünf Münzen. Was ist, wenn man jemanden einlädt für eine Milch? Was passiert dann? Dann portest du ihn wahrscheinlich dahin. Oh. Sammy, porte mich. Komm. Lade mich doch mal ein, Sammy. Lade mich ein, Sammy. Ich gebe doch kein Geld für euch aus. Lade mich doch mal auf eine gute Milch ein. Aber dann mach zumindest irgendwas. Ja, ne. Ich muss hier mit meinen hartverdienten Münzen sparen. Hättest du auch mal gönnen können, finde ich. Dalu-Karten, ne 1. Ich weiß jetzt schon, dass Dalu gleich ne 10 würfeln wird. Der will so richtig reinwürfeln. Ja. Oh. Ja. Hey, Sammy. Hey, was geht? Hast du noch nicht genug? Die Reichen werden immer reicher. Ich habe immer weniger Geld. Wenn ich nicht die Lobby hosten würde, hätte ich gesagt, dass du das Ganze geriggt hättest. Guck mal da, wo du dich weggewürfelt hast, Sammy. Oh, was kann ich denn hier machen? Du gehst jetzt erst mal zu Bowser. Ich möchte ein Ticket haben. Oh. Scheiße. Keine Münzen kann mir Bowser auch nichts abnehmen. Ja. Ich habe ein Zugticket. Hallo, Bowser. Ich sehe dich jetzt bei Bowser und uns schon alle wieder mit reinziehen. Ja. Wird 100 pro passieren. Ja. Da ist dein Papi. Der wird mir bestimmt keinen Stern klauen. Das sind deine Tränen. Nimm die Hausarrest. Das ist der Rahmenvater des Jahrhunderts. Nimm die einen Stern. Nimm die einen Stern. Bowser Evolution. Bitte, 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 bitte. Oh, ich verliere 30 Münzen. Oh Mann, nein. Mein letztes Taschengeld verlor. Deswegen habe ich überhaupt noch ein Zugticket gekauft. Schrecklich. Bowser Revolution wäre das Beste gewesen jetzt noch. Dann wäre es Rick gewesen. Was passiert da? Da werden die Münzen aufgeteilt. Er sammelt alle Münzen ein und teilt sie fair auf. Ja, das wäre wirklich super gewesen. Mann. Wie war das jetzt? 54 bis zum Stern. Ja, wir füllen eine 54, Suki. Ja. Der Custom Dice Block, der ist nicht custom genug, Suki. Suki würfelt jetzt so viel, dass sie auf Dallus Sternfeld landet. Die war nicht mehr. Sie hat es vergessen. Eine 3? Du nimmst den Block, um eine 3 zu würfeln, damit der Zug fährt. Ja, damit ich mit dem Zug fahren kann. Der Zug fährt doch jetzt weg. Das kannst du ja nicht mehr mit dem Zug fahren. Oh, ich dachte, ich war mit dem Zug. Aber du hast Sammy und mich weggehauen. Aber ich habe eh kein Geld gehabt. Wollande ich jetzt? Was passiert dann? Kann nur besser sein als vorher. Bin ich wieder am Stern. Jetzt steht Dallu wieder vom Stern. Ach so, ist glaube ich okay für mich. Ja. Ach so. Nein. Ich wollte Sammy nur mit dem Händen. Na, geht mal noch ein Gespül ohne Absprache wieder, ja? Ich appreciate das, Suki. Ihr müsst einfach irgendein Feld an... Ich verstecke mich irgendwo. Und jetzt drückt ihr einen Knopf und Hämmer drauf. Wenn ihr mich dreimal trifft, bin ich tot. Hat er ja rechts gehämmert? Oh. Das ist ja nicht. Das ist ja illegal. Da machen wir das selbe nochmal, oder? Ja. Das selbe nochmal, was du? Ja. Ich nehm definitiv nicht unten. Das ist ja ohne, Suki. Ich hab doch nichts gesagt. Okay, ich bleib fair. Ihr Schweine. Er ist rechts, ne? Ne, er ist nochmal links. Nein! Nein! Oh nein! Oh oh! Nein! Er wird nicht jetzt drei, Mann! Du hast drei Leben! Ah! Ja, drei Hits! Das ist ja crazy. Ja, das ist ja crazy. Deswegen, du kannst, wenn du dich absprichst, kannst du es halt auf 25% runterbrechen, indem ihr einfach immer sagt, welchen Knopf ihr drückt und nehmt den mal einen anderen. Dann muss ich einmal 25% geben. Dann muss ich einmal 25% geben. So, wo seid ihr? Ja, wo sind wir? Ich weiß es nicht. Ja, 53% bis zum Stern. Das ist ja... Easy! Und mit dem Zug kannst du auch nicht mehr fahren, weil Suki den Zug hat wegfahren lassen. Wo ist der Zug denn hin? Das ist ja der Zug da und auch da. Ich weiß nicht. Aber du hast eigentlich kein Ticket, oder? Dann zahlt man. Ich fahr umsonst. Kann ja eines kaufen. Ja. Sammy, wir sind wirklich am Start. Das ist für uns viel besser. Los in den Münzenwürfel. Ja, aber... Ich hab immerhin sehr viel Münzen, ne? Ja, nur wenn man hochwürfelt. 19 Fehler, Sammy. Du kannst es schaffen. Wenn es einer schaffen kann, dann du, Sammy. Du kannst es schaffen, Sammy. Komm, Lutzin! Ich bin dafür, dass Vlesz, Sammy, Nies, Rothoff und München. Ja. Genau. Oder du lädst da nur ein. Er freut sich da mehr. Aber es wäre schon lustig. Das wäre schon witzig. Das wäre schon witzig. Oh, warte. Ich hab gar nicht geguckt, wo ich lande. Aber ich habe eh keinen Stern, den ich verlieren kann. Also alles gut. Ähm. Bäh. Bäh. Was da rechts ist? Der Porter zu einem Shop. Das andere war wahrscheinlich zu einem Spieler. Bäh. 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 Dreifachwürfel. Moni. Ich habe ja keine Münzen. Was soll ich machen, Sammy? Sparen. Ich erhalte nichts. So eine Scheiße. Was mache ich mit dem Kackschlüssel? Ich nehme den Schlüssel. Und tausche ihn aus gegen den Schlüssel. Ja, eine 50. Ein nur ein Zug. Eine gute 3. Guck mal, es ist eine 1. Bosafeld. Eine 3 hätte ich gefühlt. Nee, hätte ich nicht so gefühlt. Was ist eine 3? Ach ja, ich habe es vieles nachgekommen. Abgestempelt, Leute. Was ist abgestempelt? Weiß ich noch nicht. Das haben wir noch nicht gemacht, oder? Oh Gott. Wer kann schnell ausbämmen, oder was? Nee, du. Ich glaube, so ein Mini-Hop ist das Beste. So ein ganz kleiner. Ich glaube, mit einem ganz kleinen Sprung kommst du am weitesten. Okay, ready. Bless. Ja. Wie lange geht das? Du sagst dir also, du fährst mir einfach einmal schön hinterher. Leute, Rosa hat viel. Rosa, mach. Grün hat viel. Ja, und jetzt fahrt ihr alle über Rosa drüber. Dass ihr auf Daniel sogar noch hört, ist unglaublich. Das war meine Wind-Condition, sorry. Was ein Kackspiel. Rosa hat viel Sachdauer und ich sehe einfach bei sechs Augen so blitzen, einfach. Bei dem Spiel muss man echt bis zum Ende warten und dann einfach kurz mal reindonnern. Mario. Boah, Luigi gibt dir besseres Luck. Jetzt wird auf eine Milch eingeladen, Sammy. Er hat die Wahl. Das ist ja wirklich die Milch, oder? Ja. Ich sehe da die Milch. Nein, nämlich Sammy, das ist schon gemein. Er holt es selbst an. Schaffst du ohne Würfel, Sammy. Lacher, wer da einen Würfel nimmt. Ach so, warte mal. Vier. Vier, also. Ja, aber du nimmst ja auch mit dem Fall einen Würfel. Ja. Warum? Ah, hier geht's vier, fünf. Okay. Was? Kommt jetzt. Ich hoffe, das passt. Nein. Ansonsten weinig. Wo wolltest'n hin? Auf das Glücksfeld da noch. Ich hab mich auf der Kaufhaus-Nap schon mal verguckt, weil die so weird ist. Bei dem letzten Mario Party konntest du mit dem Cursor übers Feld gehen und dann hat der das angezeigt, wie viel Felder das weg ist. Ja, ich hoffe, ich hab da drauf vertraut jetzt. Da stand neun. Ja, wie soll das dann falsch sein? Ja, ich würde es nicht ausschließen, dass ich es trotzdem hinbekomme. Boah. Oh, der war quasi free, der Stern. Das ist aber auch immer toll. 20 Münzen hilft auch immer fürs Ende sehr. Das ist crazy. Du startest also richtig durch jetzt. Da muss ich jetzt den Stern mit der vermeinten Schritte. Noch ein paar Steps. Und nicht nur das. Wenn du durch die Tür gehst, kommst du doch fast hin. Du kommst doch hin. Aber ich hab doch keine Münzen. Stimmt, ja. Ich möchte einfach nur ein paar Items verwenden und ein bisschen laufen. Oh je. Kommst dann Luigi vorbei? Ja, oder? Er nimmt alles. Aber den kriegen wir ja auch. Den kriegen ja alle. Aber er geht auf alle Sterne gleichzeitig. Das ist jetzt ein Showdown, wer Luigi kriegt, oder was? Boah, Luigi hätte ich gebraucht, bevor ich den Dreifachwürfel genommen hätte. 30 Felder. Jetzt gibt es ein Minigame um Luigi. Luigi? Luigi. Die Luigi Rescue Operation. Die Wirrwarrvilla. Mario. 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 Das sieht doch wieder nach dem Schlüssel aus. Oh nein. Welche Tür? Oh. Nein, Luigi. Ist eingeknastet worden. Das sieht danach aus, als ob man ein Hirn brauchen würde. Das wird nichts. Was jetzt? Ich gehe jetzt durchs Licht. Oh, mir ist alles durchs Licht. Okay, dir auch. Erster. Was ist das? Das Bild zusammenbauen. Okay, check. Cool. Aber. Suki, das ist ein dreiteiliges Bild. Du hast vier Bilder, eins ist falsch. Und dann musst du erst mal gucken, wo das hingeht. Schafft das. Tschüss, Leute. Okay, das ist easy. Nicht weiter gucken. Oh, da kommt noch mehr Minispiele. Lass dich gucken. Lass dich gucken. Ah, man sieht zu viel. Rückstart. Okay, start. Das sind irgendwie sechs oder sieben Minigames. Oh, ich starte in Fall 2, Leute. Tschüss. Das ist ja auch ganz, ganz leichter Vorteil. Wieso? Warum denn? Weil er ihn eingesammelt hat, kriegt er einen Startvorteil. Okay, aber Fall 2, also Zimmer 2 ist random. Ganz leichter Vorteil. Ja, nee. Ja. Du könntest auch auf den Fernseher gucken. Der Herr. Scheiße. Du kannst auf den Fernseher gucken. Auf den Fernseher. Sammy kannte das schon, hat nichts gesagt. Nein. Fernseher halt. Sammy kannte das. Ärgerlich. Das steht doch hier nicht umsonst, oder nicht? Ja, Sammy hat dann leider nichts gesagt, Leute, da können wir halt nichts machen. Hattest du halt wieder ein bisschen geschummelt. Gut, ist okay. Jeden Vorteil nutzen. Das habe ich ja gar nicht gerafft. Ich bin ja voll weit hin jetzt. Man kann nur die Fässer rollen. Kann man Bilder von hinten hochheben, oder nicht? Das wird sehr knapp. Zwischen uns. Ich teste das für dich. Nein, sieh nicht da noch aus. Also bei mir hat es nicht geklappt. Ist aber trotzdem ein geiles Minigame, oder? Ist es, ja. Alle konzentriert hier. Es ist ja nicht mal derselbe bei uns, ne? Nee. Wobei, das ist doch der hier. Nee, es ist nicht mal derselbe bei uns. Ich habe bei euch drauf geguckt, es war gar nicht geholfen. Genau, nicht die gleichen Reihenfolgen. Oh Gott. Das ist der da unten. Stark. Ich bin hier einfach so weit hinter euch. Ich habe ein bisschen Angst. Hörst mich durch. Ha? Was? Wollt ihr kurz Pause machen, Hallo? Nein. Fossil. Eeeh. Oh Gott. Oh nein. 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 Nein, gut. Das letzte war Das unieke Minispiel für den Jamboree Partner ist voll cool Jeder Jamboree Partner hat sein eigenes Minigame Das ist gar nicht so schlecht Muss man wenigstens auch was machen, um den zu verdienen Und nicht einfach nur raufgehen Das letzte war weird Ja, okay, sag mal, ist nächste Runde wieder weg Wenn dich einer überholt, ist der wieder weg Wow Ich müsste zwei Tickets kaufen Ach, was soll's Komm, komm, wir steigen rein Oh, eine Runde mit dem Zutaten Ja, dann kann ich auch Ah, eine Runde Und nach vorne Aber ich hab doch mein Ticket gehabt Ah, da, Yoshi und Luigi sitzt drin Ja, gut Oh, das ist ganz schlecht übrigens Ach, Quatsch Ich will hier nicht hin Ach, Quatsch Hier ist es doch sehr gemütlich Du läufst doch dran vorbei Ich kann mir nichts leisten Das war knapp Das war sehr, sehr knapp Gar nichts War alles geblau Ja, ja, ja Geworben Ich hab aber immer noch mein Bahnticket Bleibt das... Oh, ja, stimmt Luigi gibt auch nochmal Ja, ja 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 Suki 1 Nein 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 Keine 1 Keine 1 Keine 1 Bitte keine 1 Sehr gut Suki lädt mich auf eine Milch ein Ich lade mich ein Ja Lade alle ein Okay Viele Runden sind so zwei Runden Ich lade alle ein Scheiße, zähle ich damit als überholt Warum sind alle so traurig? Ich lade mich jetzt doch voll cool Hä? Ich glaub, ich war kaputt, weil ich soweit laufen musste Guck, wie super das ist Ja Das war doch richtig nett Und jetzt ein Duell Weil alle auf einem Feld stehen Ja Nee Das fand ich auch hervorragend gerade Dass ich jetzt In der Nähe vom Stern bin Und so geported erst mal alle zum Stern Hey Oh und alle kriegen Geld Oh Und jetzt kriegt Jetzt kriegt alle noch 20 Der war Sammy Ist doch da Okay, also du musst hier schnell runter Also die Schatz Wenn alle Schätze weg sind Ist doch keiner mehr da So, du musst mit Je schwerer der Schatz Desto langsamer bist du wieder auf dem Weg nach oben Ja Ja Die Schätze sind doch als Mario Party 1, ne? Ja, ja Und die NPCs sind frech Ja, okay Ja, okay Die sind runter Squidfinger Hallo Auf Mann, du bist deine Sau Das ist unglaublich Au Au Ja, hallo Achtung Was der gar nicht da noch kriegt? Oh ne Ja, also Und dann nehmt mir Suki meine Truhe weg Es ist unglaublich Ja, ich muss ja die wieder reinholen Ey Ich nehme die Münze nehm ich auch noch Nehm ich auch noch mal mit Und jetzt schwimm ich noch schnell rechts Ja, ja Nimm dir ruhig Nimm mal einfach, komm Ist ja auch egal Ich komm ja eh nicht zum Stern Ey, die Milch war nicht umsonst Dann brauchst du mir da Geld reinholen wegen der Milch Die war teuer Ich weiß, Qualle hat einfach die Mein Fuß gekitzelt Und dann kommt Suki angeschwommen Komm ich ja nicht mal hin, oder? Ja, elf Das macht Wenn du jetzt noch der Zehn würfelst, wirst du doch traurig dann Nein Ich komm da auch nicht hin Oh, und dann noch zu Oh Ja, aber das bringt auch nichts Aber wenn ich jetzt Ja Na ja Dann geh ich hier rauf Au Vielleicht kann ich euch alle mit ins Verderben ziehen Aber es ist gut, dass du das gehittet hast Weil Es gibt auch einen Bonus-Stern für Bowser-Felder Und Dalo war bisher der Einzige, der unten war Fächer Der ist 1000 Münzen Oh, das war close Naja, das war nicht close, Suki Das gibt es gar nicht Was ist das denn mit 1000 Münzen? Was ist das denn mit 1000 Münzen? Ja, du verpasst gar nichts Da passiert nichts Das kommt nicht, das Fail Oh Manche sind zumindest fake gewesen damals Ja, da hat man immer so einen Rettungsring gekriegt dann Im ersten Dann ist der geplatzt Ich sag, das war wichtig Äh Wie viel Pech kann man haben mit dem Doppelwürfel? Ja, also eigentlich sollte man elf schon auf jeden Fall Darf Samy gewinnen Darf Samy gewinnen Erwürfel kriegen Ja Na gut Also sorry Samy Ja, ist schon ok Und Samy hat hier die beste Chance das Spiel noch zu gewinnen Ich werde mich jetzt random zu einem von euch teleporten Ne Wenn du dich jetzt mit mir teleportest Ich hab auch keine Münzen Und ich porte mich nur hin Hi Samy Oh hello Ich dachte du portest mich halt weg, weißt du Da hatte ich geweint Ey, das macht der Spiegel also der spiegel würde ich finde viel kacke zu schwachen stark lüge kackt wieder rein also das ist wirklich wirklich nicht in ordnung in einem stern hinterher es gab keine chance dass ich die nächste runde nicht nicht mal gefährlich gewesen es war einfach bodenlos recht gerade kriegst du zurück dass ich mein ticket hatte ihr braucht auch ein warnt ihr geht ich versuche es einfach mal ja 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 oh da wird noch der teleport bespielt suche noch mit dem random tp play muss alle möglichkeiten nutzen das spielfeld scheint aber viel fehler zu sein es gibt keine goldene röhre kein buch und so stimmt ich wollte gerade sagen oder aber bei buch könnte doch oben rechts sein da waren wir ja oder hinter dem geheimgang da bonus mini spiel oder normales mini spiel na gut der kran hat schuld oh der kran hat schuld das ist schwer nein da ne der kran hat schuld habe ich Ich habe letztens auch komplett verloren, du musst den kran steuern und unsere Kugeln fangen und wir müssen da so durch Immer schön hier dann bremsen Leute hier erstmal bremmen Bremsen, Leute, bremsen. Oh, Scheiße. Ja, total hoch. Was soll ich denn? Oh, shit. Legs. Hemis legt mir da. Naja, das war was. Okay, 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 okay. Weiter, Suki. Man, ich bin immer zu früh dran. Noch eine Runde, noch eine Runde. Noch eine Runde, Suki. Ich geh schon mal vor. Ich geh vor. Ich muss durch. Ich will nachschießen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich geh, ich geh. Oh. Ich muss durch. Ich bin durch. Das ist ja unmöglich. Ja, für Sami hat's wieder gereicht. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Guck mal hier, guck mal. Ey, ja, du. Du bist zu früh. Wie. Na, Jun. Da hab ich mich diesmal so gut angestellt und dann werd ich einfach blockiert. Ach. Ich hab also... Von dem Winnie-Maus. Ich glaub, du wurdest da clean gegrappt wieder. Hahaha. Weißt du, was an dem Spiel geil war? Ja. Das ist 20. Ja. Das stimmt. Ja. Geil. 20 Münzen. Sehr geil. Die letzte Runde. Letzte Runde. Oh, dann lauf ich jetzt mal zu meinem Stern. Oh. Hahaha. Hahaha. Aber Sami hat's. Sami kriegt den Stern eh. Ja, also... Ja, also... Die einzige Möglichkeit, Sami... Hast du... Hast du das absichtlich gemacht, oder? Was? Na, ich hab natürlich den Zug geholt, um mein Ticket zu verwenden. Um Gegenstände zu verwenden. Ich musste ja Gegenstände verwenden. Okay. Aber ich... Jetzt muss ich halt nur, äh, die Chance erhitten. Im Moment, das ist zufällig gewählt. Jawohl. Ja, deswegen sag ich ja, ich hitte jetzt einfach dich. Dann hitte. Komm schon. Wetten, du swaps jetzt mit mir. So richtig useless. Hahaha. Versuch was wert. Na gut. Dano geht jetzt eh am Stern vorbei. Oh mein Gott. So ne Bowser-Revolution würde mich übelst ankotzen jetzt. Ich spiele das Spiel nicht so oft, aber sollte man nicht Sterne sammeln? Ich bin kurz davor, meinen Chat drastisch zu reduzieren. Ganz drastisch. Hahaha. Du wirst mir jetzt, wenn du einen Stern verlierst? Hahaha. Hahaha. Okay. Ich dachte, du stieg auf meiner Seite. Hahaha. Ich dachte, du stieg auf meiner Seite. Hahaha. Ich bin wieder im Rett für den dritten Platz. Hahaha. Hahaha. So die Scheiße. Hahaha. Nix gemacht. Du hast mit mir getauscht. Guck mal, es war doch gut, mehr Bowser-Felder aufs Feld zu setzen. Alles ist besser mit Bowser-Feldern. Oh Mann, ey. Aber, Luigi. Luigi verkack mit dir. Ey, so schwach. Wie kann der so nutzlos sein? Ja, er ist wirklich ein krase Begleiter. Äh, ist halt wirklich Arsch. Geht's denn dazu? Warte, ich nehm 15 Münzen nehm ich noch. Äh, Luigi. Jetzt kriegst du nochmal welche oder nicht? Luigi, hohe Chance. Hohe Chance, große Zahn zu würfeln. Zweimal. Ne, keine Möglichkeit. Schau mir nicht. Keine Chance. Weißt du, wie das geht. Ich komme da, Lu. Ich komme. Ja, hast du noch ne Chance. Ich komme nicht. Ich komme. Ich komme nicht ne Eins. Hehehe. Stuck. Toi. Toi. Hey. Moin. Ich dachte, mit Luigi ist die drei safe. Vor allem, ich hätte zwei Sterne bekommen. Oh. Das ist ein Bowser-Feld. Ich würde nicht das Bowser-Feld hinten. Du kannst immer noch gewinnen, Such ihm. Du hast, du bist ein Stern hinter mir. Hm. Hä? Wenn du den Stern bei Bowser verlieren würdest, würdest du die Chance, dass du verlierst. Letztes Finne-Spiel. Alles oder nichts. Gibt's denn auch nur ne Runde? Ne, das ist jetzt wirklich das Letzte. Es ist bodenlos. Ja, wir brauchen Sterne, ganz ehrlich. Das ist aber gut für Suki jetzt. Das ist sehr, sehr gut, dass Suki gewinnt, weil jetzt kann ich nicht mehr Münzen machen als Suki. Warte, Moment. Ich bin, äh, im A-Modus. Wer ist denn der Troll da unten? Hehehe. Ey. Ich hab ja nicht, was los ist. Du musst den, du musst Schalker fangen. Ah. Und ich muss den Rücken. Ah. Okay. Ja, ja, ja. Denk dann, wir können... Ja, Suki. Ja, Suki, das war deiner. Mann! Ja, wir fangen jetzt einfach ein gutes... Ah, nicht aufgepasst. Ah, schade. Können wir auch nen Fisch fangen? Äh, Sammy. Warte, warte, warte. Wir haben sie gleich. Oh! Der Fisch! Was für ein Anti-Wade. Sehr gut. Ich hab das Gefühl, Suki-Dong gewinnt mit Lucky Bini-Spielstern. Ah. Wenn sie... Du hast die meisten Mini-Spieler... Ja, aber wenn... Das ist egal. Es kann ja was anderes kommen. Wenn Suki einen Stern bekommt und ich nicht, dann hat sie mehr Münzen als ich grad in der Tasche. Hehehe. Muss ich mir dieses traurige Ding auch noch angucken. Der erste Stern. Oh, Yoshi, krass. Der zweite. Der dritte. Der dritte. Der vierte. Guckt euch Toadette an! Und da ist irgendjemander verschwunden. Oh. 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 Das ist ja merkwürdig. Oh, doch nicht. Was ist denn passiert? Oh. Oh. Die hat so gewonnen. Komm. Könnt ihr mir einen Mitleid-Stern geben vielleicht? Es gibt nur zwei. Es gibt nur zwei. Bin ich echt vierter, ne? Nee, ich bin nicht vierter, ich bin dritter. Nee, du hast mehr Wiesen als ich, oder? Ja. Glück, Mann! Jeppi! Das ist alles nicht mehr. Ich hab sogar die meisten Mini-Spiele gehabt. Und Dett war auf den meisten blauen Feldern. Und Shygai war die meisten einem. Hier, was hatten wir denn? Die meisten Schritte hatte ich. Gott ist niemand auf ein hohes Feld gekommen, ne? Ich bin auf einem gewesen am Anfang. Direkt in der erste Runde, wo ich da drauf gegangen bin. Oh, Adalo, du hast nur fünf Münzen mehr. Ja. Hättest du fünf Münzen mehr gehabt, Suki, hättest du das ganze Spiel gewonnen. Weil wir dann gleich viele Sterne gehabt hätten und du gerade in der Tasche mehr als ich. Oh, schade. Ist bodenlos. Mir war es nur wichtig, dass ich nicht vierter werde. Luigi hat am Ende doch noch gecarried. Ja, gern. Das hat er gemacht. Ordentlich. Nicht, weil Fieber werden schlimm ist. Weil ich ja bei dem Lackenfeld sieben Münzen geholt. Ah, stimmt. Oh. Aber du hättest ja auch den Stern holen können, oder nicht? Ich hätte sonst einen Stern gehabt. Das war doch schön. Das war doch schön. Das war doch schön.